Hallo Leute, willkommen zurück. Ich weiß, wo es weitergeht. Und ich weiß, dass... Yey! Ich muss nicht mehr drehen. Man kann mit R das Ganze auch ein bisschen automatisieren. Sehr schön, oder? So. Ja, wir haben hier immer noch fleißig das Wasser nach oben gejagt. Und genau das war auch richtig. Und ich hab's eigentlich schon fast. Ich hab's schon fast und hab's dann eigentlich nur verhauen, weil ich was nicht gesehen habe. Nämlich das hier. Was hab ich nicht gesehen? Das sieht komisch aus. Ja, jetzt im Nachhinein. Ja, da, ja. Ich kann das hier verschieben. Zum Beispiel nach hier. Warum? Denn das schwimmt auf dem Wasser. Wie man sieht. Und wird, wenn der Strom nach unten geht, auch mit unten gehen. So. Genau das wollen wir. Das ist der Sinn der Sache. Mal gucken, ob ich vielleicht hier oben schon was machen kann. Aber das hier dreht sich schon. Also, ich denke nicht. Ich denke, ich muss das unten wieder betätigen. so, das hier. Oder hier das hier. Genau. So. Drehen, 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 weiter drehen. So. Wasser wird abgelassen, man hört's. Und ich beeile mich mal hier rüber zu kommen. Und da war's das. Hey! Juhu! Juhu! Cool. So. Und wir nehmen's wieder mit. Komm, bitte mit. So. Oh. Ja, ich denke, das ist ganz gut. War nicht beabsichtigt. Boah! Sie sind aber auch stark verfolgt. So. Und jetzt hier wieder drehen. Moment. Was richtig? Ne, es ist, was glaube ich nicht. Hier oben. Da. So viele Zahnräder. Nur eins ist richtig. So. So, wieder Biestform. Da sind wir eine ganze Ecke schneller. Und hier oben. Ich muss schon sagen, wenn man nicht sieht, dass man das Ding bewegen kann, ist das ziemlich gemein. So. Und wieder Binding Song und mitkommen. So. Hm. Hier steht's gut. Gleich geschafft. Nur noch ein wenig. so hier. Drehen. Gut. So. Und jetzt muss ich es runterkommen. Kommt zu mir. Und hopps. Eberlatsch. Schön. Und mitkommen, mitkommen, mitkommen. Da, wo ich so müde hochgesprungen bin. Der Raum, der konnte ja nicht gar nichts bedeuten. Oh, ich lasse mich hier dauernd von Gegnern, die ich nicht sehe, treffen. Der konnte auch nicht gar nichts bedeuten. Und der bedeutet auch nicht gar nichts. Ja. Nur hätte man dann immer noch nicht hochspringen müssen. Aber ihr wisst ja, ich mach's mir gern schwer. Nichts so schlimm. So, hier, Fischi. Na, erstmal die Gegner hier töten. So. Die Beine fallen ab. Sehr lustig. Okay. Und was machen wir? Wir stellen das hier ins Licht. Und der Kristall fängt an zu leuchten und fährt runter. Und ist jetzt unser. Genau das, was wir gebraucht haben. Eine Lichtquelle. Ja. So sieht's aus. Okay. Dann können wir uns ja mal den dunklen Raum ansehen. Der, glaube ich, auch gleich hier unten kommt. Ja. Und wir sehen was. Leute. Hier, hier. Oh, ich hätte noch weiter runter müssen. Moment. Hier komm ich gar nicht durch. Au. Boah. Ickehaftes Krammviech. Moment. Komm ich hier gar nicht durch? Hier unten gibt's noch weitere Sachen. Ähm. Hier rechts. Nein. So, gucken wir mal. Was haben wir alles? Was können wir denn alles? Wir können das. Wir können versuchen da durchzufliegen. Das wird wohl nichts. Und Oh. Wir können auch sehen. Das hier. Das hier. Ja. Ja. Warte mal. Tropfen. Kreis. Tropfen. Schale. Schnauzbart. Komisches Ding. Ah. Boah. Das ist aber das ist aber eine ganz schöne Kombination gewesen. Na gut. Man wollte halt sicher gehen dass man hier wirklich nicht durchkommt ohne diesen Stein. Fies, aber nachvollziehbar. So. Gegner. Und dunkel. Was dann eigentlich noch viel schlimmer ist. Ah. Naja. Ich treffe lassen. Das geht schon nicht so toll. Das muss sich ja jetzt nicht noch weiter. Schlimm. Boah. Ich werde ein bisschen ermettet. Ja. Oh ein bisschen. Hier geht's an links. Ist sowas. Und Zahnrad. Oh. Vor allem. Ich kann nicht mal auf die Karte gucken. Ja. Licht. Licht. Kann ich auf die Karte gucken? Darf ich? Bitte. Bitte. Ja. Sehr gut. So. Wo bin ich denn? Na gut. Die Karte war ja leider hier nicht so toll. Oh. Okay. Die kann man nicht töten. Oh. Au. Boah. Die Krebs sind echt mies. Na gut. So. Schauen wir mal. Wir haben doch bestimmt genug zum Heilen dabei. Wir essen ein Handrode. What a loaf. Minus zwei. Bloß nicht. So. Und du gehst nach oben. Ganz safte. Ja. Na gut. So. Jetzt sind wir eingesperrt. Aber es wird schon seinen Sinn haben. Und Lil. Wie geht's so? Alles frisch? Ich frage mich immer noch ob der nun eigentlich ein Mensch ist der nur durch mich atmen kann oder eigentlich auch zu meiner Rasse gehört. Ganz schön weiter aufstieg. Ich glaube ich steige gleich aus. Ah. Huch. Huch. Okay. Die kommen auf jeden Fall nicht hoch. Oh ja. Genau. Ich mache wieder hier irgendwelche Sprung. Sachen. Und da habe ich ja Lust drauf. Ich mache es mal. Irgendwie habe ich wirklich gerade Lust drauf. Es funktioniert ja inzwischen. Ne. Ach. Hier muss ich wieder das Wasser erhöhen. Jo. Okay. Dann wieder runter. Und hier rein. So. Hier kann ich schon das Wasser erhöhen. Lass mal die Gegner klar machen. Und dann. Boah. Hier sind aber die Gegner. hier. Ich bin schon das ist nicht mehr zu kriegen. Drehen wir mal. Kurbeln wir mal. So. Moment mal. Ich habe irgendwo meinen Lichtspender verloren. Hä? Okay. Den darf ich schlecht wieder suchen. Ist hier oben was? Da drüben ist ein Kristall. Das ist schon mal ganz toll. Hier kann ich hochspringen. das ist schon mal Das sind aber tolle Sprungrätsel. Nein. Hm. Gut. Das kann ich mal zerstören. Au. Au. Schildzone. So. Da kam irgendwas tolles raus. Aber ich muss erst mal was essen. Ich will da hin. Oh nein. Das war zu weit. Das war viel zu weit. Ach so. Ganz bisschen. Genau. Genau. The leadership role recipe. Gut. Da gucken wir gleich nach. Was brauche ich dafür? Hedge roll swordfish steak. Habe ich einem und small eye. Und was bringt das? Pad power up for. Okay. Für 30 Sekunden. Hört sich lustig an. Einen starken Naudilus. Naudilus. So. Hoch hier. Dort wo. Das ist ein bisschen schnell. Super. Okay. Aber es geht. Also. Ich denke mal das ist auch so gewollt. Dafür funktioniert es viel zu gut. Das wäre echt schlecht. Wenn es nicht gewollt wäre. Nein. Wow. Haha. Na gut. Wow. Und hier rüber. Und Licht. Und eine Wasserblase. Cool. Ich habe so viel noch nicht erkundet in dem Sonnentempel. Na? Bin ich jetzt draußen? Ich bin draußen. Ich bin oben. Au. Moment. Okay. Super. Als ob ich das gewollt hätte. Nein. Moment. Einen Moment. Moment. Ich musste hier irgendwie rauskommen. So. 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 Toll. Ich bin total eingesperrt. Ja. Ich bin von Tour of Nageslust Ich bin total. Ich bin total und nicht mehr recht. Ich war nicht mehr nach. Ich könnte das Lill sein. Der sieht so ein bisschen so aus. Nur eine Brille. Ähm. Ah! Super, ich bin rausgesprungen. Das war bestimmt falsch. Das war bestimmt falsch. Ja, das war falsch. Hm, wenn, hätte ich links rausspringen sollen, oder? Ich weiß es nicht. Komm ich nicht wieder rein? Darf ich? Bitte. Ja, Wasser. Nein, darf ich nicht, verdammt. Das ist ärgerlich. Toll, würde ich es mit einem Embo spielen, könnte ich hier zurückspulen. Ah! Hilfe! Ähm, ja, toll. Okay, ich hab ne, ich hab ne Erinnerung gefunden. Immerhin etwas. Gut, dann geh ich jetzt hier mal mit Biestform Höchstgeschwindigkeit durch. Unten sollte er immer noch frei sein. Das heißt, ich glaub nicht, dass... Au, wir da viel machen müssen. Wow. Ich muss echt aufpassen. Ah, ich speichere am besten gleich. Dann bin ich wieder voll, dann brauch ich mir nicht so viel Sorgen machen. So, und wieder runter. Wow. Krass. Die Gegner hier machen echt ernst. Oh, oh, cool. Hier hat sich mein Stein hinverzogen. Sehr schön. Gut. Game saved. Und mir geht's wieder gut. Mir geht's wieder toll. Sehr schön. Und... Ich find's ein bisschen doof, dass er auf Null ist. Muss ich mich immer ein bisschen hin und her bewegen mit der Hand, aber... Nein. Nicht so gut. So. Wo war ich letztes Mal nicht... Bin ich hoch oder... Ich bin hochgegangen. Okay, dann gehen wir jetzt nach links. Und sind wieder draußen. Aber wo war anders. Okay. Dann erkund ich das auch mal. Affi! Hey Affi! Huhu! Huhu! Nein, ich will hier hoch. Nein, ich will weiter hoch. Okay, gibt's nichts für mich. Und wieder zurück. Yay, ins Wasser. Huhu! Hey, Ancient Turtle! Cool. Hier ist der Ancient Turtle. Schon wieder eine. Und... Tuttle! Und Jelly! Und noch mehr Jelly! Oh, kein Jelly Oil. So, gehen wir mal hier rein. Für einen Speicherpunkt. Den ich eigentlich nur nutze, grün zu haben. Aber der wird ja auch so, glaube ich, auf der Karte vermerkt. Und hier ist ein kleiner Wasserfall. Nee, das hilft mir nicht. Das ist zu wenig Wasser. Ah, hier unten, wenn ich das richtig gesehen habe, war da noch was. Jetzt erstmal den Rochen. Töten. Rochen könnten auch totes Fleisch. Hm. Ach nee. Super. Da komm ich nicht rein. Da brauch ich erst mal eine Fähigkeit. Na gut. Wir sind schon mal hier gewesen und haben die Schildkröte. Da ist aber trotzdem noch was. Da gucke ich nochmal. Also wenn ich jetzt hier mit voller Wurf hochspreng, dann bringt mir das nichts. Vielleicht, wenn ich... Äh. Also ein ganz bisschen. Ich habe eine Idee. Nein. Ich will was essen. Ich will was essen. Speed plus eins. Vielleicht reicht das ja. Und von den Suppen haben wir wahrlich genug. Turn to game. Yay. Juhu. Wir sind oben. Und ob das jetzt viel bringt, weiß ich nicht. Und ob wir hier sein müssen, weiß ich ganz gut gar nicht. Aber... Ich bin da. Oh, das sieht aus wie... Geheimrezept oder sowas ähnliches. Ja. The Legendary Cake Recipe. Oh, ich finde das cool mit den Rezepten. Das mir vor allen Dingen auch was bringt. Dann guck mal, wie legendär... Nein, das ist das Falsche. Wo ist das Ding? Legendary Tasty Cake. Oh, super. Den muss ich noch rausfinden. Arcane Pultis und... Wow, ey. Ja. Super. Invisi... Invincible for 10 seconds. Wow. Für 10 Sekunden unbesiegbar. Das ist nicht schlecht. Das ist wirklich gut. Und hier ist wieder hell. Super. Okay, dann hat mir das auf jeden Fall was gebracht. Also merken, mit... ... ... Suppen kann ich ordentlich ... als ob hier der Speicherpunkt wäre. Irgendwo. Oh. Gut. Mir wurde schon... Oh, super. Mir wurde schon gesagt, ich habe in dem letzten Tempel wohl auch noch was vergessen. Und das hole ich natürlich noch. Ich kann mir auch vorstellen, wo zumindest ein Rezept. Naja, falls ich irgendwo was vergessen habe, sagt es mir ruhig. Aber sagt mir am besten nur den Ort. Wenn ich es wirklich nicht finde, dann sagt mir von mir aus auch genauer was. Aber ansonsten würde ich sagen, kriege ich das auch gut selbst hin. Wir müssen schon wieder da hoch. Das gefällt mir nicht. Da war ich doch schon. Okay. Aber diesmal anscheinend irgendwie anders. Mal schauen. gibt es garantiert noch irgendwas. Wirklich haben wir nur die Erinnerung bekommen. Klar, ein Rezept. Und sogar ein sehr gutes Rezept. Aber. Au. Gut. Energieform. Ich habe es verstanden. Ja, den Teil können wir nix. Juhu. Und ich habe immer noch meinen meine schöne Lampe. Und Lill ist nicht da. äh, Lee. Ich glaube, der hieß Rally. Ne, der hieß nicht Rally, der hieß Lee. Okay, so. So. Hier ist schön Wasser. Gehen wir mal weiter hoch. Obwohl, auf der anderen Seite konnte man noch auch hoch, weil jetzt das auf der Wasserspiegel höher ist. Na. Da müssen wir kurz warten. Da, 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 da. Also hier nach oben. Hier muss doch noch irgendwas sein. Schnecki. Schnecki ist hier. Boah. Und dieses absolut äh, okay. Absolut bescheuerte Krebsvieh. Ich finde das viel zu stark. So. Oh, das sieht, das sieht, ja, das sieht richtig aus. Das sieht sogar sehr richtig aus. Okay, die roten Dinger darf ich nicht berühren. Das ist so klar. Au. Okay, nein, das Wasser steigt und fällt wieder. Super. Äh, ja. Okay. Bitte wieder hoch. Bitte Dankeschön. Gut. Oh, und schön, du neue Musik. Huhu. So. Sing, sing, sing. Blätter. Ah, ich kann mir denken, was das heißt. Vielleicht. Bosszeit. Hm. Also ich habe noch ein Plant Leaf. Habe ich denn? Ich könnte Handroll machen. Von den... Moment. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich gucke mal noch mal bei meinen Rezepten. Zweimal Plant Leaf. Wale Leaf. Habe ich die echt alle aufgegessen? Hm. Ich frage mich gerade, soll ich mir das andere jetzt holen? Ich denke, die Antwort ist ja. Heilung ist immer gut und wichtig, aber nein. Ah. Super. Es kostet mich mehr, als es mir bringt. Supi. Hm. Gut. Handroll war auch hier. Moment. Das konnte man machen mit Fleisch und Dings und Plant, oder? Boah, es wird noch echt viel Rezepte geben. Ja. Plant und Any Meat. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Okay, dann. Dann Pflanze. Und... Fleisch. Na? Äh. So. Guck. Einmal muss ich mich heilen. Äh. Und es stockt gerade, wie blöd. Äh. Ich weiß auch warum. Ich bin gleich wieder da. Einen Moment. So, und das wär's dann auch gewesen. Okay, ich hab... Äh, ja, fast kein Leben. Äh, ja, fast klar. So, Handroll plus eins. Hab ich von irgendwas acht, was mich heilt? Äh, ich glaube es eigentlich nicht. Hm. Ich hab zwar genug Heilung dabei, aber... Ich will jetzt nicht so viel verbrauchen. Okay, gut. So, und drüber. Okay, runter. Ja, ja, runter ist in Ordnung. Moment, da geht's hoch. Ich hab's davon abgesehen, dass ich runtergehe. Vielleicht kann ich da oben hochspringen. Bringt mir das was? Hm, der hat Licht. Es bringt mir Licht. Äh. Oh, ansonsten bringt's mir nichts. Komm, einen Versuch noch. Gucken wir mal mit Anlauf. Juhu! Hm. So. Ich hab so viel von diesen Speed-Dingern. Die müssen aber irgendwann mal zu was gut sein. Und ich denke, das ist jetzt der Fall. Aber eventuell... Eventuell ist da oben was. Und ich hab von diesen Suppen so viel. So. Oh, nein. Das werd ich nicht. Komm, Wasser. Bleib da. Bleib da. Bleib da. Bleib da. Uah. Toll. Mitten in die roten Teile. Na gut. Oh, und wie viel Schaden die machen. Das kann nicht sein. Und ich brauch wieder Heilung. Hm. Ich würde am liebsten wirklich zurückspulen. Oh. Ja, das hätte ich wohl auch machen sollen. Ach du meine Güte. Wo hab ich gespeichert? Hm. Das hab ich mir gedacht. Okay. Ich wusste es doch, dass ich hier gespeichert hab. So. Ich glaube, dann darf ich da nochmal hoch, oder? Na gut. Wenigstens hier. Quallen. Zeug. Hab ich. Oder hab ich diesen... Nein, ich hab diesen legendären Kuchen. Der legendäre Kuchen. Den hab ich noch nicht. So. Und so. Oh. Aber wenigstens funktioniert es vielleicht beim ersten Mal. Okay. Kuchen. Juhu. Ich weiß, was du bist. Du bist toll. Juhu. Invincible. Also von denen sollte ich mir auf jeden Fall ein paar machen. Das ist, äh. Das können die absoluten Arschretter werden. Nein, ich will jetzt keine Schüttkote reiten. Danke, nein. So. Und diesmal einfach ein wenig vorsichtiger. Naja. Meine Liebe. Das kriegen wir doch besser hin, oder? So. So. Hier auf links. Zahnrad. Hier oben. Schnecke. Schnecke. Und alle. Ein freudiges. Schnecke. Oh, cool. So. Hier hoch. Bevor die komischen Käfer kommen. Die Leute. Die Leute. So. Dann wären wir wieder hier. Gab es hier noch irgendwo was? Ich bin mir nicht sicher. Okay. Naughty. Kleine Naughty los will was machen. Ah. Und jetzt sind wir doch wieder. Genau. Jetzt sind wir wieder richtig. Okay. Äh. Äh. Nicht so vorschnell, Naja. So hier oben. Und war nichts. Okay. Das dachte ich mir fast. Dann hier rüber. Und hier runter. Hm. Okay. Warten. Also soll ich doch nicht einen Boss machen, oder? Hops. Hops. Ah. Ich weiß das. Geht in alle Richtungen. Ich krieg's nicht. Wow. Hoch. Gut. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Das eine krieg ich noch. Hm. Ja. Perfekt. Ich denke, das war gut genug. So. Und die Suppe, die wir vorhin verbraucht haben, haben wir ja wieder. Und die setze ich auch gleich ein. Das Speed reicht ja eine Weile. Juhu. Okay. Weiter hoch kann ich nicht. Juhu. Yay. Hm. Toll. Na. Hm. Ja, hier bin ich sicher. Ich bin zu schnell. Okay. Die Suppe war eine tolle Idee. Super. Die schöne Falle. Die schöne Falle. Hier durch. Und hier runter. Und hier rechts. So. Wow. Okay. Ich kann hier angreifen. Wusste ich da, dass Nautilus das tut. Wow. Nee, nee, nee. Ganz ruhig. Ja, super. Ich bin an die tollste Stelle gefunden, die ich finden konnte. Nochmal. Beast Storm? Nein, würde ich nicht. Ich will Lidl. Was? Rot-Grün-Türkis. Rot-Grün-Türkis. Ich denke, ich kann Schaden hier ganz gut brauchen. Ich denke, ich scheine Schaden wirklich zu nehmen. So wie die meisten anderen. Okay, jetzt stößt er mich weg. Santa Santa. Santa Santa. Hm. Beast Storm. Ah, der macht das mit dem Wasser. Ah. Okay, er saugt Wasser ein oder raus. Das ist irgendwo logisch, ja. Kann ich mitleben. Oh, Beast Storm. Oh. Beast Storm. Oh. Die haben aber auch alle einen Wumms drauf, die Gegner. Boah, eine schöne Musik haben sie auch. Das erinnert mich an die schönen alten Megaman-Zeiten. Geil. Wow. Okay. Nochmal Heilung. Nochmal Heilung. So. So. Boah, der saugt fleißig. Und schießt dabei. Gut, dass wir so viel Schaden haben. Hallo. Kannst du mal aufhören? Ich muss schon wieder was nehmen. Ich bin wieder gleich tot. Was nehmen wir da? Ah, das macht mich auch schneller. Das will ich eigentlich nicht. Energie Shot. Auf jeden Fall. Ich kann das nehmen. Pet Power Up. Das bringt, glaube ich, nicht so viel. Swordfish im Brauch ich noch. So, jetzt habe ich die Power Shots. Uh. Wow. Was? Ah. Wieder Heilung. Ich will nicht mein ganzes Heilkram. Verschwemm. Hey Lil, mach mit. Ich brauche dich doch. Boah, der Gegner. Das ist ganz schön hart. Ja, jetzt macht er wieder mit. Super. Komm schon. Bist doch fast am Verrecken. Ansonsten wärst du nicht so aggro. Komm. Stirb. Gut. Du wüsst, was das heißt, wenn's rot aufleuchtet. Ich heil mich mal wieder. Bäh. Ich komm nicht weg. Ich mein, die Biestform geht an sich. Ah, die Kämpfe werden schwer. Wie. Ach, wie Sau. Gut. Hab ich danach noch wirklich. Hier ist 4 plus 2. Ich hätte ja noch die Kuchen essen können. Na gut, die kommen jetzt. Ab jetzt kommt Kuchen. 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 Woa. Ja. Super. Kuchen hat gewöhnt. Juhu. Kuchen. Kuchen. Die Lumerien haben die Wurzeln geblieben, die heißen Wurzeln der Welt, die heißen Wurzeln der Bale. Wurzeln von ihren neuen Umständen, viele von ihnen kamen um die große Sphäre der Lichter, die sogenannte Sand. Mit der Adventurist-Sphäre kamen neue Ingenie. Sie lernen zu designen und bilden elabberatungsmechanismen um in den Föhrern-Evrieren. Die Gott, die Wurzeln wurde, in der Wurzeln gegründet, und in eine blöde Rage, hat sie verletzt. Wow. In der Sonneform habe ich die Möglichkeit, die Versen in eine Reihe von Licht zu fokussieren. Ich bringe die Klarheit in die schwarze Gefühle. Auf jeden Fall mir noch ein wenig... Okay, ich wollte da hoch anscheinend. Ein wenig Heilung besorgen. Huch. Und das war's dann. So, wir haben die Sonneform. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und Liz wieder da. Okay. Den ganzen Tempel beendet. Dann würde ich sagen, reicht das erstmal für jetzt. Vielleicht mache ich auch gleich weiter, wenn ich Lust habe. Mal schauen. Aber ich denke, das ist erstmal ein guter Abschluss für die Videos. Okay. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Let's Play Aquaria. Bis dann.